so ja jetzt muss ich aber erst mal mal sagen hier was die sache ist und zwar irgendwie ist mein gta jetzt ganz ganz seltsam abgeschmiert da war es nämlich so einen bug also es hat angezeigt bitte schließe die controller an der war angeschlossen ich habe es einfach noch mal gta neu gestartet ich hoffe mal ja das hilft jetzt online wird geladen 90 prozent der leute die last zeiten was ist denn hier nur los es so lange waren die ganze zeit noch nie wirklich jetzt erst mal ein bisschen licht machen ab 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 So, wir gehen jetzt einfach mal hier drauf. Ja genau, so. Hier wieder das, das, das. So, ich lade euch jetzt wieder allein. Oh, ich bin Level 113. Ich freue mich gerade. Wie so ein Keks. Ja. Ja. Ja, den Gefäng, den Gefängnisausbruch auf jeden Fall, aber ob alles fährt? Nee, alles nie im Leben. Ja, wir haben davor schon eins gemacht, da mussten wir eine Bank ausrauben. Jetzt halt der Gefängnisausbruch. Okay, ja, ja, und dann kommen nochmal zwei Banken. Ja, ja, wir werden hier heute eh nicht alles schaffen, darum. Ich gehe ja auch immer um Sex offline. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, mach aus. Ich will das nicht mehr hören, Alter. Es ist einfach zu hart für mein Leben, Alter. Ja, ich will das nicht mehr hören, Alter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier hinten steht mein Auto Untertitelung des ZDF, 2020 Mache ich auch gerade Ne, ne, du musst einfach die Autobahn die ganze Zeit lang fahren Also Leute, nicht gleich alle sofort drauf, sondern Lass uns erstmal dort auch treffen Das nächste Battlefield 3 Battlefield 5 kommt aber erstmal Ne, ne Battlefield 4, also Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline und dann Battlefield 5 Battlefield Hardline ist nur ein Zwischentitel ZDF, 2020 Ja, aber wartet mal, wartet ja, einer geht davor Aber nicht gleich sofort, äh, lass uns erstmal nochmal kurz Wie treffen, weil, äh, ich hole dann erstmal den Heli hier runter Okay, so Ja, fahrt los, fahrt los. Ich verpiss mich jetzt auch schon mal, wenn ich die Bullen loswerde. Oder am besten ich lenke mal, oder? Oder soll ich mal ein bisschen die Bullen auf mich lenken? Oder halt, dass wir erst mal die Bullen auf uns lenken und du verpiss dich mitten mit dem Boss. Ja, bei mir auch. Alter, bei mir auch. Aber die wurden durch ihre eigene Sperre aufgehalten gerade. Gibt mir ne kleine Chance. Nee, mach kein Massaker, verpiss dich einfach. Wir müssen die Bullen abhängen. Weil ich will, dass die es endlich mal schaffen. Ich glaube, es reicht ja nicht, wenn wir Lästern, oder ich glaube, wir können gar nicht Lästern rufen. Aber ist ja eigentlich so schlimm. Ja, ich habe mich jetzt mal auf den Berg hier hoch verpisst. Das sehe ich nämlich nicht. Aber ich bin doch los. Ich glaube, wenn du sie einmal los bist. Also nur noch Tim. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute Ich hab dem sie abgeschüttelt. E-Cycle gefunden, instant. LOL, ey, wusstet ihr, dass hier oben ein Grab ist? Ich habe mit diesem Mod nix zu tun, ich habe nur Blüte meiner Maske, mehr nicht. Da! Genau da! Da ist ich! Da! Dem guck mich mal an! Da! Da ist ich! Doppel R3 Oh hier, in der Hocke, Alter, in der Hocke! Oh, kack drauf! Oh, kack drauf! Silber, Alter! Alba! Alba kriegt Gold! Krieg die!